Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück, immer noch mit schwarzen Handschuh. Heute gibt es mal einen richtig schönen Trendfood, nennt man das, Porridge. Damit fangen wir dann mal an. Wir brauchen im Endeffekt echt nicht viel dafür. Wir brauchen nur einen Topf, den machen wir mal an. Dann 250 Milliliter Milch, kommt da rein, und 50 Gramm Haferflocken. Bei den Haferflocken nehmt er die extra zarten, beziehungsweise nicht die kernigen, körnigen, weil wie sie auch immer heißen, sondern die zarten. Kommt er einfach auch mit rein. Einmal kurz ein bisschen durchgerührt, damit sich das ein bisschen verteilt hat und nicht klumpig wird und sowas. Und jetzt heißt es im Endeffekt nur noch warten. Interessante bei Porridge ist, es ist nichts Neues. Es gibt dieses Rezept schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich sogar schon. Nicht nur in Schottland, wo dieser Name Porridge herkommt, sondern auch in Deutschland. Haferbrei. Nichts anderes ist Porridge. Ich mache da ganz gerne noch ein bisschen Salz, so eine ganz kleine feine Prise dazu. Und noch ein kleines bisschen Zucker. Aber halt von beiden nicht wirklich viel. Mehr ist das im Endeffekt nicht. Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis das schön dick wird und so ein schöner Brei ist. Und dann habt ihr es schon fertig. Ihr könnt da theoretisch, wenn ihr wollt, jetzt noch weiße Schokolade reinmachen. Schmeckt super. Erdbeeren mit reinmachen, so ganz klein geschnippelt. Schmeckt auch gut. Wenn ihr natürlich mehr als dieses bisschen hier wollt, dann nehmt da nicht 250 Milliliter, sondern 500 Milliliter Milch. Und halt dementsprechend auch mehr Haferflocken. Also ihr seht, selbst dieses Trendfood, was ja so immer hochgehypt wird, ist ganz einfach zu machen. Wenn das gleich ein bisschen dickflüssiger ist, sind wir fertig. Und das war es dann auch schon. Unten seht ihr dann noch mal ein Bildchen. Wie immer nur das reine Grundrezept, ohne irgendwelche Verschönerung. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht das mal nach. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Weil es ist wirklich extrem einfach. Ihr müsst nur darauf aufpassen, dass es nicht anbrennt. Und damit sage ich dann mal, guten Appetit. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ach ja, Däumchen und so, Kommentar kennt alles. Bis dann, Typ.